Ich frag mich, also mein Hauptattribut ist ja Stärke, ne, aber ich frag mich, was ich so nebenbei noch hoch machen soll. Vitalität ist jedenfalls sehr wichtig. Ich denke Geschick auch. Weil es ja den Ausweichwert erhöht. Also ich wach das in die Waffe, das fügt mein Leben hinzu. 4 bis 8 Schaden. Schaden von kritischen Treffern um 15% erhöht. Auch nicht schlecht. Weil ich kritisch relativ selten eigentlich. Oh, ich hab 4 von denen. Ich mach mal einen fehlerhaften. Aufbestellung. So, und das kann ich jetzt auch noch mal aus dem Equip nehmen, ne? Ja. Ja, ich koste 200. So, und da machen wir jetzt mal einen fehlerhaften rein. Jawohl. Coole Sache mit dem Juwelier. Definitiv. Okay. Ich hab alles. Die trostlosen Schande. Okay, wir brauchen einmal das Blut. Und nochmal das Blut. Meine Archive liegen unter der Wüste. Mündlicherweise genau... Ja, einmal hier. Ja, ja. Boah, die gehen ab, ey. Oh, die steppt ja fast. Neh, mal rein. Na, wieder so'n Turm, ey. Ich bin wieder gesund. Boah, endlich ein 20. Das dauert, ey. Guten Ansturm, wenn man das macht. Den haben wir ja eigentlich schon verraten. Äh, Sprung hat was Neues? Yo. Absprung. Wenn ihr springt, verlamsen, ihr Gegner, die sich in der Nähe aus Absprung finden. Okay. Prost. Ach, Gott. Na, mit dem Rüstungswert fiel ich ein bisschen besser. Mal sehen, mal so. Da, würde ein Ansturm. Anstatt Revanche. Waffenwurf. Mit dem Schaden. Nö. Schau mal, wie das so ist. Boah. Boah. Yo. Uh, hu hui. Geh noch weiter, ja, ne? Und schon, da weg. Ja, ich hab kein Wok. Ich geh da nicht lang. Ja, toll. Ja, toll. Ja, aber. Jetzt geht's rund. Boah. Das Revanche eigentlich lieber. Das geht noch nicht. Ah, cool, dann. 10 Sekunden. Ich hab' mir ne Truhe. Vampir-Flichtgürtel. 17 Stärke-Ring. Äh, ja, ja, ja. Ring des Leuven. Oh. Oi. Disconnected from the server. Ich hab' mir vom Server geschmissen. Tatsache. Macht n Mist. Komm' wir wieder drauf? Ich geh mal rein. Joa. Hehe. Nicht? Nee, ich nicht. Du? Nee. Ich muss Boom-Muster machen. Ich komm' nie rein. Oh, da läßt er wieder. Oh, ey. Alter, ey. Schmeckt uns einfach aus. Ah, doch. Noch ein bisschen sicher war. War fertig am. Ja, Mario, schläfst du? Alter. Ey, meine Skills sind hier gar nicht mehr drin. Ich bin auch noch Level 20. Aha. Boah, der hat gar nicht gespeichert. Scheiße. Ja. Scheiße. Ich hab mich schon gewundert. Ja, der wird auch nochmal machen. Obst du willst? Äh, das hab ich gesagt, lass' ich. Das lass' ich auch. Ja, testen wir noch ein bisschen weiter. Ja, ich hab's ja gut. Ja, ich hab's ja gut. Scheiße, ich hab's ja gut gemerkt. Oh, 227. Ich hab' ja gut gemerkt. Wait, bitte. Ja, ich hab' ja gut gemerkt. Ja, es ist nur noch ein bisschen. Der ist wahrscheinlich schlauer als wir beide zusammen Das wird traurigerweise so sein Boah, Alter! Das geht noch nicht Kann mir auch so reden Ich bin doch voll vorbei Oh, von hinten auch Alter, die gehen mir auf den Nerv Oh, oh, oh Gott, für das Willen, Mist Und, ein Skelett braucht immer Tja, so drei Viecher, die wollen einfach nicht sterben Egal wohin geh, Alter, explodiert Na, ich bin von dem Mist nie begeistert Dann gleich wieder Ronscheinen Oh, ne epische Klaue Das bringt mir ja sicher ganz viel Was für nen Mönch Hier, Schenki dir Juhu 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 Ein Geschenk Hier weiter, ne? Juhu Iste Sackers Also hier unten Boah, der Stirm drauf Knock den weg Ich bin doch wohl nicht so begeistert, ehrlich gesagt Also ich mach das wohl nicht lieber Gib mir wenigstens, äh, Energie wieder Juhu Juhu Dann trügelte hier auf mir ein Oh, warte 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 nochmal, äh Oh, warte Vongs Das sind Macheonisong Ja, dann hab mal der Ohr an. Ich brauche mehr Zeit. Hier. Ja, lustig, wie er einfach so da rumschwebt. Oh, oh, oh. What the fuck? Wer denn, ja. Aber Kull hat überall Fallen aufgestellt. Jeder Schritt ist schwerer als der nächste. Es war tyrisch, dass er nicht sehr war. Kull hat sich viele Jahre lang darauf vorbereitet, dass ihn jemand angreifen wird. Vielleicht sind wir Narren. Und doch müssen wir vorwärts schreiten. So, aus. Jo. Schön, man dürfte ja eh nicht sein. Direkt Viecher. Direkt Viecher. Die Vorfahren sind light. Oh. Alter. Ja. Da flog mir irgendwie gegen den Bildschirm. Ah, ich hab überhaupt nicht mehr Zeit. Ich hab immer wieder nen Arsch. Boah, das ist dann da voll rein. So, jetzt müssen wir in die Höhle des Verräters. Guck da. Die stehen immer auf, um zu explodieren. Da rennt er mir hinterher. Oh, guck dir mal die Blutspur an. Ey, quer übers Feld. Im Stich gelassener Gefangener. Ey, wenn du dir in das Wasser gehst, bist du langsamer. Zumpf oder was? Er hat kein Wasser. Ich schütze dich auch mal, ne? Ich wurde geheilt. Oh, boll. Hier ist ein Dieb. Dieb. Dieb-Fiech. Komm mal. So. Her. Also, Viech du. Robi hat's zweimal gekrittet, ey. Ey, ich hab zwei ledierte Femarakte gefunden. Das ist nett. Hier ist die abscheuliche Höhe. Prost. Nehmen wir jetzt erstmal hin die Höhe. Abscheuliche Höhe. Hier ist irgendwie auch nix los. Kein Spinnviech. Ah, Gold. Hölles Verräter, siehst du das genau. Ich dachte, wir werden schon in die Höhe. Boah, 322 gekrittet. Holy moly. Alter, schläfst du? Oh, hier sind die Schleimspucker wieder. Die mag ich das ja doch, ne? Geil, wenn du dann so vorbeigelaufen bist, ey. Direkt. Oh. Jugger, ne, Jungbraut. Ich lese da irgendwann mit Jugger noch zu. Das ist okay. Das tust du irgendwie nicht. Ne, ne, ne.